Zahnstadt ist eine Gemeinde in der Provinz Nordholland. Die Gemeinde Zahnstadt wurde 1974 durch die Vereinigung der Gemeinden Sandam, Kormeni, As, Entelft, Koka, Andesan, Westzahn, Wormerwehr und Sandeig gebildet. Die Gemeinde liegt sechs Kilometer nordwestlich von Amsterdam am Fluss Zahn in der Nähe des Nordseerkanals. Sie hat eine Fläche von 83 Quadratkilometern mit 152.678 Einwohnern. Geschichte und Wirtschaft Aus der Zeit um 1150 sind friesische Besiedlungen belegt. Die industrielle Tradition von der zahlreiche Industriedenkmäler am Sand zeugen, reicht in die Blütezeit des nahen Amsterdam als Hauptstadt des Welthandels im 17. Jahrhundert zurück. Im Jahr 1630 waren am Sand bereits 53 Windmühlen in Betrieb, die in Amsterdam gelagerte Rohstoffe, darunter mit Flößen rein abwärts getriebene Baumstämme, industriell weiterverarbeiteten. Die Region gilt daher als das erste Industriegebiet Europas. Die Zahl der Windmühlen wuchs in der Folge auf rund 1.000. Sandam war mit 65 Werften außerdem ein bedeutendes Zentrum des Schiffbaus. 1697 und 1698 besuchte der russische Zar Peter I. Auf einer seiner Inkognito-Reisen mit der großen Gesandtschaft Sandam in der Region Sandstreek, um den Schiffbau zu beobachten. Einer Legende nach waren die Sandammer nicht sonderlich gastfreundlich, sodass der Zar in ein anderes holländisches Dorf weiterreiste. Um dort seine Studien zu beenden, da er Sandam aber 1718 ganz offiziell nochmals besuchte, erscheint dies wenig glaubhaft. Das Haus des Gerrit Kist, in dem der Zar wohnte, wurde Anfang des 19. Jahrhunderts vom niederländischen König Wilhelm I. gekauft und seiner russischstämmigen Schwiegertochter, der späteren Königin Anna Pavlovna, geschenkt. Der Besuch des Zaren in Sandam wurde später mehrfach in der Kunst bearbeitet. So zum Beispiel auf einem Gemälde von Gustav Wappers und in den Opern Il Borgo Mastro di Sadam von Getano Donizetti und Zar und Zimmermann. Von Albert Lortzing, Sandam erhielt 1811 die Stadtrechte. Seit der Ende des 19. Jahrhunderts ist die Region ein Zentrum der Lebensmittelindustrie sowie der Linoleumindustrie. Erholt ist ein international agierender Handelskonzern. Die erste niederländische Linoleumfabrik stand von 1899 bis 1903 hier. Eine weitere Fabrik ist bis heute als Vorburgraumieni in Betrieb. Sehenswürdigkeiten Sandschans und Sandsmuseum Ein Ankerpunkt der europäischen Route der Industriekultur Zahlreiche Industriedenkmäler aus vier Jahrhunderten Windmühlenmuseum Zarpeter Haus und Zarpeter Denkmal in Sandam In der Gemeinde Kromieni wurde im Herbst 2014 ein 70 Meter langer Fahrradweg aus Solarmodulen gebaut. Der Fahrradweg soll bis 2016 auf 100 Meter erweitert werden und dann genug Energie produzieren, um bis zu drei Haushalte zu versorgen. Punkt Städtepartnerschaften Bezirk Neukölln Zickau Persönlichkeiten Cornelius Krominü Hofmaler in Güstrow Peter Lodewig Maler Historiker Cornelis Atrianus Pekel Herring Mediziner Jan Farkade Benediktiner Mönch Maler Mitglied der Boyerwohner Kunstschule Jan Zwart Organist und Komponist Bugschellinger Haut Radsportler Markus Backer Politiker Wilhelm Hendrik Zwart Organist und Komponist Piet Organist und Komponist Irene Peppinghege Deutsche Kanutin Han Benning Jazz- und Improvisationsmusiker Kees Stamm Radsportler Rob Stolk Gründer der Provo Bewegung Johnny Rap Ehemaliger Fußballspieler Margret Esus Popsängerin Katinka Passwer Musikerin Bekannte Interpretin vieler Werke von Karl-Heinz Stockhausen Ines Kopulze Botschafterin in Schweden Ronald Kömmen Früher Fußballspieler und heutiger Trainer John Bosch Autorennfahrer Eva Simons Sängerin Juri Havik Radsportler Stefano Denswill Fußballspieler Bill Albersatzikogl Fußballspieler Strich Juri Havik Radsportler